Ich habe eine CD gemacht, zwei CDs sogar und ein Buch geschrieben. Das wollte ich schon immer mal tun und ich habe gedacht, ja, warum nicht jetzt? Jetzt ist der Tag dafür und das Ganze heißt Transformation. Ich habe mich blau angemalt und habe das Ganze Transformation genannt. Und da gibt es so ein bisschen die Geschichten, die ich auch auf Reisen erlebt habe, die Songs, die da entstanden sind, aber auch die alten Mahnwachen-Hits. Der eine oder andere kennt es noch, also die sind da auch mit drauf. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass das in die Realität umgesetzt wird, dann dürft ihr mich noch eine Woche, läuft diese Aktion noch auf Startnext, das ist eine Crowdfunding-Kampagne, da sammle ich Geld, um die Pressung und die Bindung des Buches zu machen. Denn das kostet noch ein bisschen Geld und das haben wir ja alle nicht, aber es ist ein tolles Tauschprinzip, auch da könnt ihr das Album zum Beispiel schon mal vorbestellen oder was ganz anderes, zum Beispiel eine Gesangsstunde bei mir oder eine schamanische Trommelbehandlung, die ich auch gerne. Also ihr könnt euch gerne was Nettes aussuchen, was ich euch dann gebe und ihr könnt mich schon mal vorher unterstützen. Ein paar Pfeile dabei. Wäre ganz nett, könnt ihr mich einfach nur drauf entsprechen, wenn ihr Bock habt. Und das nächste Lied ist auch auf dieser CD und es heißt Systemflüchtling. Super Applaus hier an die spontanen Musiker. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Am Anfang werden wir geboren, erwarten nichts als Liebes. Menschen leben von vorn, wollen wir Einheit und Frieden. Unsere Augen noch frei, unsere Herzen gelöst und eins. Zwingt man nur diesen Geist in ein System, als Zeit ist für uns, in die Schule zu gehen, erlernen wir, wie Sklaven zu operieren und dem Leistungsdruck zu bestehen. Und dann landen wir am Fließband, unser Lebensweg ist vorprogrammiert, als ob er schon bei Wikipedia steht, als willst du werden, als die Fragen, um die es uns geht. Doch damit meinen wir nicht frei und Einzigartigkeit, sondern wo ist mein Platz in der Gefügigkeit? In einem Job, der uns klein macht und müde, bis zur Rente bleibt noch Zeit zu träumen. System, ich hole nur weg, bin auf der Fülle vor dem System. Es ist so eben, du wirst erwähnt, denn letzter Zeit riecht diese Glocke und wie unangenehm. System, ich fühl mich klein und scheinbar im System. Wenn dran der Fall ist, den Bisschen übersehen, ich leg die Bisschenbrecher ab, wenn wir über Benschen gehen. Und wir stehen im Schlag der Bürokratie und verlangen vom Amt ein bisschen Bürger auf Kredit. Doch aus aller Tiefen mit Schulden, der Doppel zurück, drehen wir in den Bühnen der Wirtschaft vollkommen am Rat. Stupide Anonymen funktionieren wir Tag für Tag und bleiben doch, dass da irgendetwas an uns nahm. Wir versuchen zu verstehen, dass der Verstand nicht begleitet. Das fehlt mir zum Glück, das war nicht noch für die Verkommenheit. Schütteln uns ein mit der Angst, jemand sei unser Feind. Und diese Ängste geschüttelt mit ihren Start natürlich durch den erlaublich Vorteil hat. Bleib du schön, ein schlubbes Rad im System, denn sonst wird die Pyramide sich im Leben. System. Scheine, was wir noch auf der Flucht von dem System. Es ist so weg und irgendwie so unbeweg. Letztendlich sind sie so noch für mich wie unangeregt. System. Ich fühl mich lange und unscheinbar im Leben. Wer lange dabei hat, ist nicht mehr zu übersehen. Und das riecht sie fest und brecht sie auch von übertetem Leben. Ich finde ich einen Verschiehen. Ich verstehe, verstehe. Ich verstehe, wo war ich hier? Ich verstehe, verstehe. Und sie entscheiden für uns, was gut ist und schläft. Man bekommt heute unsere Waffen, für den zählen wir heute unsere Pflicht. Wer ist heute der Böse? Erfahren wir im Sonntagskurier? Sie spielen Schock mit Zinssoldaten auf menschlichem Fleisch und wollen mit Granaten auf die Menschlichkeit. Und wir stehen stramm für die nächste Wahl, sind wir allzeit bereit. Und ein Wunder bei uns, dass die ganze Welt fängt. Sind wir nicht alle auf der Flucht vor dem, was hier geschieht? Eine Elite, die Gefahren hängt, das große Auge zu sehen. Hilfen wir nicht mehr, wohin wir noch flüchten sollen? Die New World Order wird mit Panzer der Räule, oder wir sind selbst der Wandel, den wir wollen. Am Ende lieben wir am Strand, blassblauer Haut. Unsere Augen blutrand haben auf alle bessere Zungen vertraut. Unsere Erde verbrannt, unsere Heimat beraubt. Sind wir die ersoffene Hoffnung auf Menschlichkeit? Und wir standen an den Stränden der Gebürgerlichkeit. Von uns schlagen unsere Körper an den Formen einer Todendemokratin. Unsere Feinde zerstört. Mein System, ich reine auf alle gelaufen auf der Opfer dem System. Es ist so ein und irgendwie so unbequill. Denn das zeigt mich diese Laufung irgendwie unangenehm. Mit einem Astronom- Alsostand, die Gefahren nahe auch. Oh, dass wir uns von skating beschalten haben, was wir spät Trant befinden. Wir sind permet umkonfliktig. Wenn wir schlagenuchen. Erst. Σ Snitt! Ich gebore sie. Erst. 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 malaikan. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Oh, 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 oh Applaudia Applaudia Danke, habt ihr super gemacht. Jetzt machen wir noch eine fröhliche Nummer. Ja, ich freu mich total, danke, New Band, Margita Vigi, ich bin aber total verzückt, wenn ich die mal wieder sehe, weil ich habe eben auch schon gesagt, vor halben Jahren, also das letzte Mal, bei meiner Geburtstagsparty sind alle angekommen und haben gespielt, weißt du noch? Am Strand. Und jetzt ist es immer wieder so bereichert und so schön, ich freue mich total hier zu sein und die Musik zu genießen und euch zu genießen, die Reden zu genießen, das sind so wie in alten Zeiten. Und zwischendurch war ich ja mal weg, der eine oder andere weiß das, in Indien und Nepal unterwegs und da kann man, wie man sich vorstellen kann, sind sehr viele Songs entstanden, sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Es ist schön, mal zu sehen, dass der Horizont hinter dem Tellerrand weitergeht und auch andere Kulturen kennenlernen und da ist zum Beispiel auch folgender Song entstanden, der ist jetzt auf Englisch und heißt Humanity is stronger. Ich bin ein Moslem, was du sehen, dass ich ein Terrorist oder Suppressor? Ich bin ein Moslem, was du sehen, dass ich ein Terrorist oder älger, ich bin ein Moslem, was du sehen, dass ich ein Terrorist oder Ereignis? Beautiful human, I'm a lover of human, a lover of human, I'm a lover of human, I'm a lover of human, I'm a beggar, what do you think? I'm just lazy, jawless, as far as in this country, I am a beggar, what do you think? I'm a drug addict and I'm just buying alcohol with your money, I am a beggar, what do you think? Baby, I'm beautiful human, I'm beautiful human, I'm beautiful human, I'm a lover of human, I'm a lover of human. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Two ways, one dream Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.